Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, wir müssen dieses Problem hier beheben, weil es wird langsam echt zur Katastrophe. Man sieht, die Städte staunen sich dadurch, dass hier natürlich das Ganze auf die Autobahn fahren will, die ganzen Leute. Und dadurch sich das dann hier anfängt zu staunen. Das bedeutet, diese Autobahn muss gestoppt werden, weil die unsere Stadt hier vollmüllt und das natürlich dann sich überall ausbreitet. In dem Fall habe ich jetzt überlegt, wir kaufen hier ein paar Stückchen Land. Ich darf nur ein Stückchen Land kaufen, okay. Kaufen genau das. Denn dann kommen wir an dieses Stück Straße Autobahn hier ran. Was sich jetzt dann hier hinten lang schlängeln soll und hier auf der anderen Seite sozusagen anschließen. Damit wir dann hier die restliche Städte auch mit Industrie vollbauen können, wir hier in der Autobahn auch schon durch haben und sich das hier mit hier anschließen kann. Dann kann das nicht hier verschlossen werden fürs Erste und wir können hoffentlich unsere Autobahn wieder leeren. Bedeutet, wir gehen jetzt mal erstmal hier dran und begradigen das Stückchen hier. Oder wir tun erstmal abreißen. Soweit kann ich gleich abreißen, ohne dass ich die Autobahn verliere. Dann brauchen wir jetzt das Autobahnkreuz. So, Autobahnkreuz steht. Dann kommt jetzt die Autobahn dran. Zack. Dann haben wir die hier schon mal erledigt. Und dann kommt hier aber erstmal ein gerades Stück. Mit 180 Grad direkt auf die andere Seite rüber. So wie man es haben will. Dann ist die Autobahn nämlich schon mal hier drüber gelegt. Und dann legen wir jetzt hier die nächste Straße. Die muss jetzt so nach da drüben verlaufen. Langsam kommt bei uns wieder ein Wind auf. Ein Lüftchen zieht auf, würde ich mal sagen. So, nee, das passt mir jetzt nicht. Das ist zu... Zu... Zu, wie soll man sagen, zu breit ist das. So. So, perfekt. So schaut es besser aus. Und die soll jetzt nach da drüben einfach führen. Oder du dir gerade, ein Stückchen Autobahn. Lassen wir es mal bis hier führen. Erstmal so. 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 Ich hoffe, wir fliegen meine Sachen. Ich unterlasse es mal. Das wird schon noch halten. Ich schaue kurz raus. So. So, Sachen sind gerettet. Weil die werden jetzt wirklich beinahe runtergeflogen und alles. Wäre natürlich jetzt nicht das Optimale gewesen. So, dann tun wir die Autobahn hier langlegen. Das ist die komplett neue Autobahn. Das ist jetzt die A10 dann. Die führt hier ab. Und hier muss dann die Kreuzung entstehen. Hier kann eigentlich ein Autobahnkreuz sogar rein. Gefälle zu stellen. Das hätte ich mir beinahe denken können. Dann führen wir die hier so lang. Weil wir können das ja nachher immer noch austauschen. Aber wir brauchen halt für den Anfang jetzt erstmal eine gescheite Autobahn. Bedeutet. Bedeutet. So. Haben wir hier direkt den Anschluss. Was ist jetzt hier so? Nee, wie müssen wir das denn jetzt machen? Hier so? Nee. Hier so. Also langs funktioniert. Dann haben wir jetzt hier den Anschluss schon mal direkt gezogen. Hier vorne verteilt sich dann wieder in unser Autobahnnetz. Und hier darf sich jetzt dann durch den Berg durchbohren. Problem, wir haben natürlich hier die Autobahn schon verändert. Bedeutet. Wir müssen nochmal die Autobahn hier auch komplett anpassen. Nochmal ein Abriss. Eh schon nach kürzester Zeit wird die Autobahn nochmal abgerissen. Wie oft haben wir jetzt die Autobahn hier schon ungebohrt? Ich weiß es nicht mehr. Wir reißen die so oft mittlerweile schon auseinander, wie das jetzt nicht den Überblick verloren hat. Eigentlich ist das ja eh traurig, wie oft wir die Autobahn hier auseinander nehmen. Aber vielleicht funktioniert es ja diesmal. Weil diesmal werden wir halt dann wirklich mal die Brücke hier... Wir kappen das dann aber direkt auch hier. Weil hier ist der Drehpunkt. So, bedeutet, wir ziehen das jetzt mal... Alter, wie würden die fahren? Dann ziehen wir nochmal eine gerade Linie von da hinten nach da vorne durch. Wo geht denn die jetzt unterirdisch, hä? Ich hätte gerne, dass die Autobahn hier relativ gerade reingeht. Ist ja auch wahrscheinlich verständlich, so. So, genau. Und jetzt einfach nur gerade durch den Berg fürs Erste durch. Das müsste jetzt klappen, ne? So, genau. Dann drehe ich mal schnell die hier um. Zack. Und dann schließen wir die hier mal direkt an. Indem wir... Indem wir... Hier wieder nach oben kommen eigentlich. Dann drehen wir noch die Autobahn hier einmal um. Und dann haben wir jetzt hier ein Kreuz und dort ein Kreuz. Das ist eher die Überlegung, wie machen wir denn jetzt hier weiter? Also, das kann hier so abfahren, kann auch hier wieder so drauf. Also, rein theoretisch müssen beide Seiten auf die Autobahn so auffahren. Bedeutet... Da fahren beide ab, da fahren beide auf. Wir bauen uns aber grundsätzlich jeweils in beide Richtungen. Das ist jetzt schon wieder hier eine Überlegung, wer der... Ich mach jetzt mal die Grundverbindungen, ne? Das ist ja... Schon mal etwas. Zack. Okay, jetzt können die hier wieder links-rechts auffahren. Was geht denn jetzt ab? Ach, stimmt, der neue... Der Sturm wütet ja jetzt. So, jetzt können die hier links-rechts auffahren. Und hier können sie ja auch Notfallswende. Also, das ist jetzt auch nicht das Problem, ne? Und dann wird einmal schnell die Autobahn... hier gekappt. So. Ah, dass die hier nicht alle automatisch wieder umdrehen. Und einfach hier mal ein Wendesystem ein. So. Dann können die hier nicht wenden. Dann tun wir einmal den Verkehr wahrscheinlich löschen. Dann sollte sich das eigentlich alles in Luft auflösen. Hoffe ich mal Verkehr löschen. Ja. Also, es bringt sich zwar hier nichts mehr aufzufahren, aber sie können jetzt halt hier auch direkt anwenden. Das macht natürlich... einen diskreten Vorteil in dem Fall. Ach ja, die wollen ja so viel auffahren. Dann sollten wir hier aber gleich mal eine Dreispur draus machen. Ach du Scheiße, da sind das viele. Ich hab das irgendwie nicht erwartet, dass das so viele werden, die hier auffahren wollen. Dann lassen wir euch doch einspurig. und bauen hier. Einmal du hier, einmal du dort. Und ihr dürft hier gerade ausfahren. Dann sollte das Ganze jetzt relativ viel simpler gehen. Ach du heilige Bim Bom. Okay, so. Wieso staut sich das jetzt so in dem Tunnel? Ist das, weil jetzt alle da rüber wollen? Und natürlich die große Autobahn, das nicht alles so da parkt auf einen Schlag. Wie schaut das hier drüben mit dem Verkehr aus? Oh, der fließt. Er hat da zwischendurch so ein bisschen Stau, aber großteils fließt der Verkehr. Hier kommen jetzt die Fahrzeuge rauf. Und verteilen sich wieder. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Ich hab doch so viele Totenpunkte hier schon aufgerichtet. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? So. Nochmal. Also mehr Punkte kann ich ja auch langsam nicht mehr einrichten. Irgendwas stimmt hier hier absolut nicht. Das ist, weil hier so viel krank sind. Wie schaut das mit der Krankenversorgung vor Ort aus? Absolut nicht vorhanden. So, dann haben wir das jetzt gelöst. Dann gibt's jetzt hier nochmal ein paar kostenlose Krankenhäuser. Hier sind die ganzen Helikopter unterwegs. Dann gehen wir hier nochmal denen die Kreuzung hier frei, damit die ihr Gas geben können. Wenn ich's mit dem Müll bergen, sollte sich eigentlich mit meiner Transportsystem über... Ach du heilig. Okay, wo wollen denn die alle hin? Da hin. Rein theoretisch braucht der Teil nochmal eine extra Abfahrt. Dann bauen wir doch mal hier wieder ein paar Abfahrten rein. So. Und dann noch von hier wieder drauf. Und dann kriegt die Straße jetzt hier ein Fahrverbot. So, Bus... Okay, Busse dürfen fahren, Taxis nicht, LKWs nicht. So, und das tun wir hier vorne auch nochmal. Was sind das denn für Fahrzeugen? Ich glaube, das ist schon richtig so. Zack, zack. Die Busse können... Wir haben hier keinen Busverkehr. Warum braucht der Verkehr hier jetzt wieder so lange? Dann geben wir ihm mal hier die Rechte, das hier auszuschalten und hier mit Vollkaracho reinzubrettern. Dann tun wir das Entleeren wieder entfernen. Und du bist zu 100% voll, dann wirst du mal entleert. Okay, warum stehen wir jetzt wieder? Okay, noch einmal kurz Verkehr löschen. Ich habe keinen Plan, was hier schief läuft. Aber Leute, warum das jetzt hier passiert und Pipapo, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Everything changes.